Ja, also ab morgen neues Renderprogramm, Magix geht mir so dermaßen auf die Eier, dass es deswegen jetzt keine Bildschirme gibt in dem Video, auch wenn ich es im Video erwähne. Und ja, Smart Update ohne Bildschirme, nur mit mir. Ab morgen wird hoffentlich alles besser. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Ich begrüße euch heute mit der linken Hand und schmeiße einfach mal ein Taschentuch in Richtung Kamera. Ich weiß nicht, warum, ich hatte Lust drauf und so begrüße ich euch halt diesmal. Und zwar zum Smart Update wieder die News zu, weiß ich nicht, Tablets, Smartphones und Apple. Apple ist dabei! Mein Gott, habt ihr es erwartet? Ich habe es erwartet, ihr wahrscheinlich auch. Okay, mit was starte ich denn? Mit was soll ich starten? Mit dem Arcos 97 Platinum? Echt? Okay, gut, dann fange ich mit dem Arcos 97 Platinum an. Und zwar gibt es da drei verschiedene Versionen. Und zwar ein 8 Zoll, ein 9,7 Zoll und ein 11,6 Zoll Gerät, was ziemlich interessant ist, weil die Tablets normalerweise nicht in diesen drei Größen ausgeliefert werden. Ihr habt sich jetzt quasi Arcos so ganz toll ausgedacht. Und hat quasi, seit ihr so ein bisschen versucht, eine Unterscheidung zu anderen Tablets zu produzieren, einfach durch die andere Größe. Die drei Dinge haben alle die gleiche Hardware und genau das gleiche Aussehen. Es ist einfach nur die Größe und der Preis unterschiedlich. Und zwar geht der Preis von 200 bis zu 350 Euro. Alle drei haben ein IPS-Display und die 9,7 Zoll Variante kann man mit Größe und Auflösung im iPad 4 vergleichen. Alle haben Quad-Core CPU mit 1,2 GHz und 2 GB RAM. Dazu ein 8 GB Flash-Speicher und die Möglichkeit, durch eine 64 GB MicroSD-Karte den Speicher zu erweitern. Alle haben WLAN, aber kein UMTS. Zwei Megapixel-Kamera ist hinten dran und vorne gibt es noch eine Frontkamera für Videotelefonie. Die ersten beiden kleineren Geräte kommen im März 2013 auf den Markt und das 11,6 Zoll Monster erst im zweiten Quartal 2013. Machen wir weiter mit was? LG? Okay, ihr seid gut. Genau in der richtigen Reihenfolge. LG Optimus G Pro. Größere und stärkere Variante vorgestellt. Dieses nette Gerät, obwohl es eigentlich erst vor einem Monat rauskam, gibt es jetzt neu. Und zwar mit einem 5,5 Zoll Display mit 1,7 GHz pro Kern, wo es insgesamt vier Stück gibt. 2 GB RAM, Full HD Display und 32 GB interner Speicher. Dazu eine 13 Megapixel-Kamera, LTE, Bluetooth 4.0, WLAN und kostet 670 Euro. Wer den Kurier herauskommt, war uns bei uns herauskommt, weiß keiner. Volles technische, krasse Teil, was jeder braucht. Und Wahnsinn, super. Habe ich euch überzeugt, oder? Jeder holt sich einen LG Optimus G Pro. Okay, also, um das nochmal ein bisschen gesondert und ruhig zu formulieren. Das LG Optimus G Pro hat noch keinen bekannten Launch-Termin in unseren Gefilden und wird erstmal in Kurier veröffentlicht, um zu schauen, wie sich der Spaß verkauft. So, bitteschön. Machen wir weiter mit. So, ich habe das Mikrofon zerstört. Mein Gott, tut mir leid, das werde ich ein bisschen muten. Ich wollte mich eigentlich nur nach vorne lehnen, um zu hören, was ihr sagt. Sony? Immer noch kein... Was? Wieso kein Apple? Gut, dann halt erst mit Sony, wenn ihr wollt. Und zwar, der Sony Xperia Z ist ab dem 21. Februar in... ...deutschland erhältlich. Und zwar, was ich echt nicht geil finde, das Ding ist gegen Staub resistent und man kann es bis zu einem Meter Tauchtief für 30 Minuten in seiner Hosentasche haben, ohne dass irgendwas passiert. Natürlich sehr vorteilhaft für... ...macht doch jeder von uns, oder? Er geht ins Freibad, lässt seinen Sony Xperia Z in der Hosentasche für eine halbe Stunde und hüpft da rum, oder? Klar, braucht man. Finde ich aber nicht schlecht, weil mir hat ein Kumpel mal erzählt. Der hat es geschafft, im Urlaub mit seinem Handy ins Wasser zu springen, war im Arsch. Oder er hat es in die Waschmaschine reingetan, war auch im Arsch. Alles Schnee von gestern passiert nicht mehr mit dem Sony Xperia Z. Also wenn ihr gern mit eurem Smartphone tauchen und planschen geht, kauft euch das Sony Xperia Z. Was auch interessant ist, das Ganze hat eine mobile Version von der Bravia 2 TV Engine mit kontrastreichen und kristallklarem Farberlebnis für euch, live von eurem Sony Xperia Z. Technische Details, 1,5 GHz Quad-Core mit 2 GB RAM, 5 Zoll Full HD Display, 16 GB Antennaspeicher und MicroSD Slot für 64 GB, 13 Megapixel Kamera. Und wenn ihr Lust habt, fahrt doch am 21. Februar nach Berlin in den Sony Store und holt euch es vor allen anderen, die erst am 22. Februar in den Genuss kommen vom Sony Xperia Z. Okay, macht ihr. Treffen wir uns in Berlin. Okay. So, News Nummer 3 ist fertig. Was wollt ihr? Apple? Aber nix fürs iPhone. Haha, gotcha. Und zwar Apple TV. Leute, für neue Next-Gen-Features gesucht. Und zwar gab es ein Job-Inserat von Apple und sie suchen da eine Person, die ein ganzes Team führen kann, neue Features und Funktionen kreieren kann. Das Ganze hat hohe Priorität, wird ab sofort gesucht. Und das, was ich dazu sagen kann, was ich auch, ich habe es verglichen mit früheren Pressemeldungen und Job gesucht, noch nie gab es es, dass Apple jemand mit hoher Priorität gesucht hat. Noch nie. Also das Ding muss wirklich sehr wichtig sein, was sie da vorhaben. Man weiß nur noch nicht, ob sie jetzt mit aus dem Apple TV einen echten Fernseher mit Unterhaltungsprogramm machen wollen oder eine Unterhaltungszentrale wie eine Playstation, Xbox oder eine Konsole. Das weiß man noch nicht. Eventuell ist nächsten Monat ein Event dazu, was sie uns präsentieren, um uns dann ihre Infos zu geben. Ist aber noch nicht bestätigt. Und da lassen wir uns dann auch überraschen, was Apple für uns hat. So, und wenn ihr jetzt noch den Hersteller vom letzten Thema erratet, dann bekommt ihr von mir einen Daumen hoch. Düm, 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 düm. Ihr seid Wahnsinn. Mir war es eigentlich klar. Samsung, und zwar Galaxy S4. Spezifikationen, Bilder und ein Veröffentlichungsdatum. Eventuell soll nicht das Ding schon im März gelauncht werden und nicht, wie es behauptet wurde, im April. Aber was schade ist, doch nur ein Quad-Core-Prozesse und die fünf Kerne, die haben aber dann trotzdem einfach mal zwei Gigahertz pro Kern. Ist klar, für ein Smartphone zwei Gigahertz pro Kern. Dazu, Überraschung, zwei Gigabyte RAM. Oh, hat man heute nicht schon dreimal. Und, oh, fünf Zoll Display, Full HD. Also da ist es, glaube ich, momentan echt total wurscht im Smartphone-Bereich, was du dir für ein Ding holst. Die haben alle ein fünf Zoll Display, alle zwei Gigabyte RAM und alle Full HD. Aber zwei Gigahertz pro Kern, das ist schon mal echt ein Statement, würde ich sagen. Sonst gibt es keine weiteren Infos dazu, außer die, die ich euch schon erzählt habe und die auch schon bisher hinlänglich bekannt sind. Und dann lassen wir uns überraschen, ob das wirklich schon im März auf den Markt kommt. Und dann wären wir soweit auch wieder durch. Mit dem Smart-Update. Heute war es mal ein bisschen eine andere Ausgabe. Ein wenig ausuferend, ein wenig verrückt, ein wenig eskalierend. Vielleicht gefällt es euch so, ich hatte, ich weiß nicht warum eigentlich. Das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Ha. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Smart-Update wieder oder bei irgendeinem anderen Format. Ich bin soweit raus. Fiat's euch, ciao und servus.